... ... ... Postet nicht mehr, postet nicht mehr, okay, okay. Wenn alles gut gegangen ist, bin ich jetzt wieder am Start. Und sie sitzen nämlich bei dir im Ladeboot, ja? Wenn du mal einen Typen hier unten siehst, den Typen, der red winkt, dann ja... ...ja... Ja, guten Tag. Ich freue mich, oder? Ich habe endlich für den scheiß Hex an die grünen Flammen. Voll cool. Trotzdem, für meinen Weg hätte ich hier auch gern mal wieder was geiles. Was ganz geiles! ... 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